Chrissy Metz gewährt tiefe Einblicke in ihre traumatische Kindheit. Die Schauspielerin spricht offen über die schwierigen Erfahrungen mit ihrem Stiefvater. Im Podcast The Jamie Kern Lima Show berichtet sie von mentalem, physischem und emotionalem Missbrauch. Ihr Stiefvater wog sie oder drohte, die Schränke zu verschließen. Sie vermutet heute, dass er selbst von Ängsten getrieben war. Für sie waren diese Erlebnisse jedoch äußerst schmerzhaft. Die emotionalen Wunden sind wie kleine Schnitte, die irgendwann zum Verbluten führen, sagt sie. Schon als Zwölfjährige fühlte sie sich oft ausgeschlossen. Sie passte nicht in die gleichen Kleider wie ihre Freundinnen. Warum ist mein Gewicht gleichbedeutend mit meinem Wert? fragt sie sich. Chrissy arbeitet nun daran, diese alten Wunden zu heilen. Doch es ist ein langer Prozess. Im Kern bleibt das Gefühl, ich bin es nicht wert. Sie möchte Vorurteile rund um das Thema Gewicht abbauen. Es gibt die Vorstellung, dass man einfach nicht aufhören kann zu essen oder faul ist, fügt sie hinzu. Diese Herausforderungen muss sie noch heute bewältigen. Auch der Unterschied in der Behandlung durch andere Menschen beschäftigt sie. Vor ihrem Durchbruch mieden viele ihre Nähe. Früher wollte im Flugzeug niemand neben mir sitzen, erzählt sie. Jetzt, weil ich im Fernsehen bin, ist es ihnen egal. Oder sie sagen, oh, du bist berühmt. Diese Veränderungen sind für sie schwer zu verstehen. Leute, die sie früher ignorierten, wollen nun mit ihr sprechen. Ich verstehe es nicht, gesteht Chrissy. Dieses Verhalten hat ihr Vertrauen in Menschen erschüttert. Trotz allem setzt sie sich dafür ein, das Stigma zu brechen. Chrissy Metz bleibt eine inspirierende Stimme gegen Vorurteile und Diskriminierung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017